Die große Verantwortung liegt nur auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkreppeln. Es wurden viele Fehler gemacht, es sind sie unerbittlich. Das Leben vergibt keine Schwäche. Die sogenannte Menschlichkeit, das ist ein Geschwätz der Schweinepfiff. Mitleid ist eine Ursünde, ich sage immer Mitleid zu haben mit den Schwachen. Es verrat gegen die Natur. Das Stärke kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen, stets jedes Mitgefühl versagt. Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Anders kann man das nicht machen. Die Affen zum Beispiel trampen jeden Außenseiter als Gemeinschaftsfremd-Tod. Und was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße für den Menschen gelten. Himmler hat in Lübeck den Westmächten ein Kapitulationsangebot gemacht. Bei der Grafen Bayer-Dotte. Der englische Rundfunk berichtet das. Himmler. Unter ein ausgerechnet Himmler. Getreust in der Treue. Das ist der schlimmste Verrat von allen. Goring, ja. Er war korrupt. Immer schon. Speyer, ja. Ein weltfremder, unbereichenbarer Günstler. All die anderen, ja, 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 ja. Aber Himmler. Ja, ist das jetzt wahnsinnig geworden. Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich werde krank. Ja, vielleicht schon dort. Halt! Bitte. Lassen Sie mich mit Ritter von Greim und Fräulein Retschern ein. Und holen Sie mir Fägelein! Herr Führer, wir wissen nicht, wo er sich im Moment aufhält. Was soll das heißen? Er ist Himmlers Adjutant, er muss zur Verfügung stellen. Wir haben ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Ich will zur Fazit zum Bericht! Sie bleiben, Doktor. Ach, bitte. Sie und Greim müssen sobald als möglich aufbrechen. Fliegen Sie zu Dolmitz. Teilen Sie mit, er soll alles veranlassen, um Himmlers einer verdienten Strafe zuzuführen. Mein Führer, Ritter Greim und ich haben beschlossen, hier mit Ihnen in den Hut zu gehen. Ich danke Ihnen für diesen treuen Beweis. Aber Himmler muss sterben. Er hat Verrat geübt! Ja, und ich hatte Recht, Sie nicht in meine Pläne einzuführen. Mein Führer? Ja, glauben Sie deine schaue Tatenlos zu, bis diese Judenschweine mich abmorgsen. Dies alles ist Teil eines Gigantischen. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fägelein nicht finden! Dann suchen Sie ihn! Ich will Fägelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fägelein! 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 Fägelein!